So, währenddessen bauen wir hier von Hand ein bisschen weiter. Oben ist wieder Tag. Würde ich ja eigentlich sagen, normalerweise, wir sollten jetzt losgehen Leder suchen, aber wir haben anscheinend alle jetzt Lederrüstung. Also können wir uns das sparen. Du hör auf zu klettern. Und ich drücke immer Leertaste zum Springen und wechsel dann zum nächsten Zwerg. Das ist nicht so schön. Du ersetze Kohle. Wir müssen hier einmal durch. Hier ist nicht ganz viel Kohle. So, wie schaut es mit den Scaffoldings hier aus? Die können jetzt alle weg, richtig? Also es wäre später nochmal schön, wenn hier zugemacht wird, aber das ist nicht ganz so wichtig. Das Silber da könnte man auch weg machen, aber wir haben noch keinen Zugang zu den Silberressourcen. Er quatscht den Silberrezepten, also macht es nur bedingt Sinn. So. Das da können wir ersetzen. Hier macht das schön zu, das ist gut. Das sehe ich allerdings nicht so gerne. Wo ist die Tür hin, die da stand? Oder ist hinter dem IV jetzt eine Tür? Das bitte einmal weg. Nö, da ist keine Tür. Wir brauchen eine neue Tür. Schloss und Holz und wir haben kein Holz und das ist ein Problem. Hier sind nirgendwo ordentliche Wälder. Das heißt, wir machen hier mal kurz Stillstand. Lassen wir noch alles einsammeln, damit kein Zwerg wirklich viel zu tun hat. Und porten uns hier hinten hin und holzen das alles ab. Das müsste eine Menge Holz sein. So, die Gräber nicht anrühren. Die brauchen wir noch. Wir wollen hier irgendwann ein paar mehr Zwerge haben. Warum läufst du jetzt schon schreiend weg? Wenn du so wenig Lebenspunkte hast, dann geh ich schlafen. Bede Zwerg. Geh schlafen. So. Doppelte Geschwindigkeit. Alle schneller einsammeln. Das müsste jetzt mal für ein paar Skafols reichen. So. Der könnte theoretisch auch noch weg, aber was soll's. Ja. Die noch weg und dann ist gut, Jungs. Du kannst gerne mithelfen. Danke. Alles einsacken. Okay. Schloss. Eisen. Machen wir gleich zwei. Für später mal. Du. Wer hat denn noch eine Holztür? Ach so. Die wurde wahrscheinlich nur eingeschlagen. Das kann sein. Das kann sein. Dann ist schon wieder Efeu da. Das Zeug ist echt garstig. Fälle 30 Bäume. Okay. Hätte ich ganz vergessen, dass ich die Aufgabe habe. Tür setzen. Jupp. So. Und geht bitte nicht durch die Goblins zurück. Das wäre gut. Okay. Die Maul bitte stehen lassen, damit das Portal lange noch hält. Wo willst du denn hin? Hier ist nichts. Einfache Geschwindigkeit. Was? Was? Was willst du machen? Du willst da unten hingehen. Hier ist ein Portal. Er will da unten hin und läuft dafür da hin. Das ist sehr komisch. Und ihr sollt keinen Smalltalk hier draußen halten, wenn das Portal gleich zugeht. Ihr Dumpfnasen hier. Ah, das ist echt ein Heckmeck. Die zu steuern, die Jungs da. So. Zu, 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 zu. Die... Weg, weg. Die Aufgaben weg machen. Die verwirren die Zwerge nur zu sehr. Hier ein Portal hin. Dich töten. Dich ersetzen. Dich ersetzen. Das hier alles abbauen. Boah, ist das viel Kohle. So. Ja, habt ihr ne Weile zu tun. Okay. Doppelgeschwindigkeit. Nen, 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 nen. Rott zu, bü. Rott zu, bü. Efeu ist auch wieder da. Weg, weg, weg. Aber hier hält sich das langsam. Das ist gut. Ah, 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 ah. Ich hätte gerne... Da Stein. Da Stein. Was? Nicht möglich, hier Stein zu bauen? Was? Okay, dich erst mal weg. Das ganze müssen wir hier auch noch mal machen. Momentan sieht die Tür mal ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Wo ist das Essen? Ich bin am Anfang mein... Oh, okay. Krältes Fleisch haben wir schon. Fisch einen Topf können wir nicht bauen. Dann halt Fett. Fleisch und Fett. Bitteschön. Wo sind meine Skaffords hin? Da. So. So, so, so. Da kommt auch schon einer hin für später. Ersetze Kohle, Ersetze Kohle, Ersetze Kohle, Ersetze Kohle, Ersetze Eisen. Ersetze Kohle. Ersetze Kohle. Schau, 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 die fressen sich richtig durch. Oh, und Diamanten haben wir da hinten auch noch. Ja, das ist die nächste Frage. Gibt es hier wieder ein Portal? Weil ich weiß nicht, ob die nächste Welt schon freigeschaltet wurde und was das überhaupt sein soll. Ersetze Kohle, Ersetze Kohle, Ersetze Kohle, Ersetze Kohle. Mehr Skaffolding. Mehr, mehr Skaffolding. So. Achso, ein neues Portal. Okay. Überzeugt. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann ersetzt werden. Skaffolding. Oh, das war eine ganz schön fette Ausbeute. Das und das hätte ich noch gerne, das und das hätte ich noch gerne. Ihr könnt alle weg. Haida. So. Noch mehr Skaffolding. Du, Ersetze Eisen. Wie schaut es mit unseren Schwertern eigentlich aus? Genau, die sind alle schon fertig. Rüst das Stahlschwert aus. Zing, zing, zing. Da war gerade ein Zwerg ziemlich angeschleimt. Wir sollten ein paar nach Hause schicken zum Schlafen wieder. Auch wenn sie nicht so wirklich darauf zu hören scheinen. So, du. Geh schlafen. Ich behalte ihn jetzt im Auge. Steht, er wartet. Geht schlafen. Macht nichts. Wo bist du? Ah, schläft. Okay, macht er doch. Versucht Weg zu finden. Geh schlafen. Geh schlafen. Legt sich hin. Okay, also es klappt doch ganz gut. Was mich halt mir irritiert ist, dass zwischendurch hier halt immer Macht nichts steht oder sucht Weg. Was weiß ich. Aber sie sind eigentlich auf dem Weg zum Schlafen. Das ist das Wichtigste. Haben wir noch irgendwelche angeschlagenen Zwerge? Geh schlafen. 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 Äh, unsere Mine ist hier. Kommt nur keiner ran. Okay. So. Das da ersetzen bitte. Das da abbauen. Was da zumachen. Mein Kochbuch. Naja. Das ersetzen. Hier ist ein Portal. Achso, genau. Da sollte wieder ein Dört hin. Da. Da. Hallo. Da sollte ein Dört hin. Jut, 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 jut. Hm. Die können weg. Oh. So, so. Dört, 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 dört. Ah, unsere Aufgaben. Was haben wir da eigentlich zwischen alles? Bau, dekoratives Schild. Beschütze dein Heim. Äh, Heim. Platziere dazu einen Käfig oder eine Falle im Weg der Feinde. Wir haben sowohl Käfige als auch Fallen schon aufgestellt. Forsche die Tiefen. Das haben wir bald. Ein paar runde Fenster. Na gut. Äh. Da. Quadratisches Fenster. Glas. Sollten wir auch bald noch was herstellen. Holz. Unsere riesen Holzfälleaktion hat nur 67 Holz gebracht. Ah, ist ganz schön mau. So, wo wollen wir da ein Fenster hin? Kannst gleich wieder abreißen. Schnee weg, Schnee weg. Schnee weg. Fenster abreißen. Und dafür. Für den venezianischen Stuck dahin. Oh oh, ich habe einen Verdacht. Genau. Er hat eine Stuck Mauer gebaut. Wie auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Aber trotzdem. So. Heim wieder vollständig. Sehr gut. Die Tür ist schon wieder eingeschlagen worden. Das passiert irgendwie zu häufig. Da. Schneckentöten. Das weg. Das weg. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Was sagt die Mine? Portal ist noch da. Aber es ist nichts mehr zu tun. Also jetzt eine Kohle. Töte komische Stacheldingen. Bau Erde. Bau Erde. Bau Erde. Das machen wir hier wieder zu. Bau Erde. Bau Erde. Bau Erde. Töte Schnecke. Töte Schnecke. Bau Erde. So. 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 Bau Erde. Bau Erde. Bau Erde. Bau Erde. Und geht er endlich weg. Du stehst im Weg. So. Und ihr habt alle gerade keinen Weg, den ihr finden könnt. Nehmt doch mal das Portal. Wenn ihr unbedingt nach Hause wollt. Genau. Alle schön wieder zumachen. Damit hier nicht wieder Tonnen vor diesem grünen Zeug wachsen und ihr keinen Weg findet. weil ihr denkt, dass hier hin müssen wir das grüne Zeug abzupflanzen und es gibt keinen Weg hier hin. Und ja. Springt dann ins Meer. Bau Erde. Bau Erde. Bau Erde. Bau Erde. Bau Erde. Du weg. So. So. Das geht richtig schön flott. Bau. 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 120 noch. Okay. Hm. Wie schaut's hier oben aus? Du bist grumpig. Warum bist du grumpig? Komfort 0. Oh. Warum, warum ist da was weg und hier fehlt ein Stein überhaupt? Ach sie. Was? Hm. Fast, als wäre ein Komet eingeschlagen wäre oder so. Der hier zwei Blöcke rausgerissen hat. Sehr, sehr komisch. Na gut. Warte mal wieder heil. Weil unser Totum nicht so grumpig ist. Äh. Nimm, nimm, nimm. Na komm. Aha. Haus komplett. Sehr gut. Äh. Du kannst weg. Du kannst mal sterben. Und was sagt der Deckbaum? Deckbaum sagt, ich brauche jetzt ein anderes Fenster. Was sagt der hier oben? Ich brauche noch ein anderes Fenster. Fischeintopf kann ich nicht machen. Ich habe keinen Fisch. Ich habe kein Wasser. Wo Fische drin sein könnten. Äh. Da hinten sind die Ziegel. Dekoratives Schild. Ich glaube wir haben ein Schwert eh über, ne? Ja. So, 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 so. Dekoratives Schild. Das bauen wir nur einmal auf und reißen es gleich wieder ab. Dahin. Fischeintopf. Fischeintopf. Sammelhorn. Oh. Das ist praktisch. Damit könnten wir jetzt echt mal gezielt versuchen die Goblins anzugreifen. Und zwar nicht peu a peu, dass jeder einmal angeschossen wird und wegläuft, sondern wirklich alle zusammen auf einmal. So. So. Sammelhorn dahin. Hä? Stimmt. Deswegen verschwinden die Türen immer wieder. Jede Nacht kommen die Skelette hier an. Die wir ja auch haben wollten wegen Erfahrungspunkten und so, ne? Hier könnt ihr nicht angreifen. Stein dahin. Baustein. So. Alle Grüße. Portal. Da sammeln bitte. Gucken wir mal wie das funktioniert. Gucken wir mal wie das funktioniert. Ja. Gar nicht. Wir machen wieder so ein komisches Leuchtfeuer da. Das hatten wir ja letztes Mal, als wir das Sammelhorn probiert hatten, auch. Weg. Na komm. Ihr wollt da hin. Ihr wollt nicht wieder so ein kurzes Funkelding da hinten schaffen. Wo sind die restlichen Zwerge? F1. Oh. Der hat das gleiche Problem wie wir. Also ich glaube das sind alle unsere Zwerge. Heißt wir greifen jetzt den da an. Da sammeln bitte. Jungs. 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 Äh. Geschauen. Wir wollen irgendwie nicht. Bis zum nächsten Mal.